Yoga mit Antonia. Mein Gott, ich bin nur am Gähnen. Ich kann nicht aufhören zu gähnen. Mein Gott. Ich habe während 10 Minuten Yoga 2 Minuten 28 gegähnt. Ich habe mich wieder an zu gähnen. Wenn es beide Tage sind, dann sind es insgesamt 20 Minuten Yoga, die ich gemacht habe. Und von 20 Minuten Yoga habe ich wirklich 2,5 Minuten gegähnt. Das sind 10% Gähnen beim Yoga. Das ist echt anstrengend. Oh mein Gott. Ich kann das Video nicht anschauen. Ich kann das Video nicht anschauen. Ich fange davon noch mehr an zu gähnen. Oh nein. Es ist schrecklich. Ich will in Wasser riechen. Es ist ein schreckliches Video. Try not to gähn Challenge. Oh mein Gott, es ist so hart. Mein Kreislauf kippt weg. Oh Gott, mein Kreislauf kippt weg. Wenn ich das anschaue. Oh Gott. Ich will nicht mehr gähnen. Das ist schrecklich. Oh Gott. Canela. Danke für die 5 Subgifts. Ich kann das nicht. Oh Gott, das war so schrecklich.